Yo, was geht ab YouTube? Herzlich Willkommen auf dem Black Bros Kanal. Wir gucken uns jetzt ABK an, wo er sich zu paar Sachen äußert, zu Beef, zu Barello, zu dieser Thematik, weil der wurde ja abgeschoben und so. Wir gehen da auf jeden Fall rein, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, aktiviert die Glocke und wir sind so gut wie jeden Abend auf Twitch aktiv. Kommt auf Twitch rüber, erster Link in der Beschreibung, Black Bros Gaming, in Reis, in RBK. Wie komme ich da raus? Ja Bruder, das ist abbezahlt, 120.000. Ich war bei Barello, da stand dann in dem Brief irgendwie drin, habe ich gelesen, da stand drin, dass die bei dem zu Hause Bargeld gefunden haben, 14.000 Euro, also Bargeld. Ja, 14.000 Euro Bar haben, ist auch stramm, ne? Bei seiner Mutter, das habe ich. Mittlerweile muss man ja ab 10.000 Euro angeben, warum man so viel Geld war, weiß ich, hat, ne? Gelesen und dann haben die auch gefunden, dass der öfter Geld überwiesen hat an seine Familienangehörigen, über hunderttausende von Euros. Ja Bruder, ist dumm. Ohne. Über hunderttausende von Euros, überwiesen. Gewerbe in Deutschland. Ohne Gewerbe, da hat er nur Duldungen gehabt. Ja, auf jeden Fall hat er dann, äh, hat er halt Geld in meine Familie geschickt, Steuern nicht gezahlt und dann hat er mich gefragt. Boah, Digga, Barello, ehrlich, das Paradebeispiel von, du, ja okay, nicht das Paradebeispiel, wir haben das ja schon oft gesehen, ne? Aber das Ding ist auch, voll viele Leute immer in den Livestreams haben doch gesagt, ey, zahl deine Steuern, achte drauf, dies, das, aber er hat es einfach nicht gemacht. Bruder, warum ist jetzt meine Mutter betroffen, warum dürfen wir jetzt alle nicht, äh, nicht mehr nach Deutschland? Und da habe ich dann gesagt, ja Bruder, ist doch normal, du hast hier kein Gewerbe angemeldet, du hast ganz normal keine Steuererklärung eingereicht, das Versacht auf Steuerhinterziehung, weil du keine Angaben machst, sowas habe ich dann erklärt. Barello, in seiner, Barello, hat auf TikTok locker über 400.000 verdient, sag ich, locker, 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 locker. Das ist aber geschätzt, Bruder, das ist geschätzt. Okay, sagen wir, der hat 120.000 verdient, das ist ja realistisch. Oder wir wollten mehr, guck mal nicht. Der muss 120.000 zahlen, was ist er verdient dann? Bruder, ich weiß nicht, weil ich... Dann muss er ungefähr so seine 250.000 verdient. Mehr, mehr. Das ist ja realistisch bei denen. Mehr. Mehr, mehr. Mehr, hundertprozent. Hundertprozent, Digga. Barello hat über 400.000 locker auf TikTok verdient. Vielleicht waren sie 120.000, auch nur die Einkommenssteuer. Aber was mit der Gewerbesteuer? Willst du sagen, keiner hat vor seinen Freunden gesagt, Bruder, mach mal Gewerbe. Nicht im Monat, nein, insgesamt, Digga, was er auf TikTok verdient hat. Nicht in einem Monat, Bruder, in einem Monat oder 400.000, Digga, der wäre durch, Digga. Leben durchgespielt. Die Steuern war nur 4.000 Euro bei ihm. Geschätzt, ne? Ja, und ich glaube, Umsatzsteuer war irgendwie... Ne, Umsatzsteuer hat der ähnlich, weil der TikTok macht. Da kriegt der Geld aus dem Ausland. Oder was war das? Das war Gewerbesteuer. Gewerbesteuer war das, ja, ja. Über 100.000. Das, glaube ich. Heftig. Ja, der ist geschätzt auf jeden Fall. So, aber ich habe mir das damals auch schon gedacht. So. Ich dachte aber immer, der ist blöd, aber so blöd auch wie er nicht. Doch, Bruder, das ist das doch... Einfach zu arbeiten und nicht zu fragen, was passiert morgen. Das ist krass. Alle YouTuber so, alle Influencer. Ja, mit Arafat und so. Bruder, jeder... Ja, das war... Genau das, was... Da, so, Digga. Bruder, er war mit Arafat. Arafat hat ihn gemanagt, Digga. Bruder, als Manager achtest du auch darauf, dass ein Künstler wie Barello auch seine Steuern richtig macht, damit du vielleicht am Ende des Tages auch keine Probleme hast, ne? Aber hat er nicht gemacht. Und Arafat hat auch darüber geredet, immer sowas. Er war so ein Manager. Der war so dumm. Denkst du, der sucht so Gespräche, Bruder? Der sucht doch nicht so Gespräche. Der sucht so Gespräche. Hey, Bruder, ich mach den unter mein Aidi und so. So redet er. Aber auf jeden Fall sein Geld hat er gebunkert, sag ich. Bruder, er hat einfach in einer JVA-Zelle gestreamt. Lass mir seine Couch gesehen. Bei Allah von den 90er Jahren. Der hat sich schränkt... Ich schwöre, wofür hat Barello sein Geld ausgegeben, ne? Also es sah wirklich nie so aus, als hätte Barello irgendwie Geld ausgegeben, ne? Er hat immer von Anfang bis zum Ende in dieser schäbigen Wohnung gestreamt, Bruder. Er hat ja nichts gehabt, Digga. Kein Auto, keine Uhr, nix, ne? Das ist ja eine Schränke von Soldaten. Das ist 400 Euro Miete. Diese Metalle und so. Ich glaube, er hat... Er hat sich nichts gegönnt, Bruder. Ja, das meine ich nicht, Bruder. Ganz ehrlich, ne? Ja, Bruder. Wie ist das Verhältnis mit Sami? Ja, wir sind trotzdem irgendwo noch... Ja. Wir sind trotzdem noch Brüder, weißt du? Safe. Wir sind Brüder. Das ist eigentlich nur Heike, der immer wieder Fitna dazwischen macht. Der Heike, ne? Aber sonst ist das Brüder, Wallah. Nein, also ich... Mit Sami so... Ich hab mich nur allein gelassen. Ja, es kann auch auf jeden Fall sein, Digga, ne? Bruder. Ich weiß nicht, ja. Also bei Barello war auf jeden Fall viel Politik am Start, was sowas angeht, glaube ich. Was ist das Ding? Ich hab mich nur allein gelassen gefühlt. Hab ich auch Sami erzählt. Ich hab aber auch zu Sami gesagt, das weißt du auch am Telefon, hab ich gesagt, ey Bruder, guck mal, ich hab niemals deine Qualitäten schlecht geredet. Ich hab immer gesagt, was Musik angeht, der ist krass. Er hat ein krasses Musikverständnis. Er ist lyrisch abgefuckt. Hab ich immer wieder gesagt. Ich hab nie seine Qualitäten abgesprochen. Ich hab nur gesagt, dass ich mich allein gelassen gefühlt hab in der Situation, wo ich oberflächlich Hilfe gebraucht hätte. Aber Sami steht trotzdem hinter mir. So, das weiß ich. Und ich würde auch, und das sag ich auch auf mit ehrlich, Ich würde auch... Aber ich muss sagen, streamt Sami überhaupt noch aktiv gerade, Digga? Der hat doch voll oft immer Daily Streams gemacht. Aber ich muss sagen, ich seh den gar nicht. Oder generell. Also ich seh echt nicht viel von Sami aktuell, ja? Art of heart. Es geht bei ihm ab, Digga. Und ihm helfen. Das würd ich auch machen. Sami auch Multimillionär geworden. Der Macher. Wenn ich das schon bei einem Miguel Pablo gemacht habe, oder bei anderen Leuten, mit denen ich vorher nix zu tun hatte, ist es klar, dass... Yo! Danke, danke, danke für den Sub, Bro. Danke, Digga. Guck mal, Bruder. Das Ding ist... Danke, Bro, für den Support. Ich hab auch gesagt, dass ich Maestro da immer fronte, oder dass ich irgendwie mich verraten hätte im Video hat er gesagt. Bruder, was ist mein Verraten? Ich hab doch in die Kamera gesagt, dass ich gerade diesen Punkt über Maestro sage, weil ich ihn nicht mag. Bruder, wie ehrlich soll ich noch sein? Ich sag doch straight up in die Fresse, ey, Bro, äh, ich mag ihn nicht. Und dann sagt er, du hast dich verraten. Du sagst, äh, Maestro, dies, das. Und dann, ja, Bruder, ich hab doch gesagt, dass ich ihn nicht mag. Das hab ich doch sogar im Video gesagt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist echt leise, ne? Das hab ich mitbekommen, war da noch. Dann meinte er, glaube ich, irgendwie... Er hat irgendwie eingeblendet. Er meinte, äh, das, glaube ich, ich hab dir diese Sockensache geschickt von Maestro. Ja, hast du ja auch. Ja, ja. Also auf jeden Fall gerade ein bisschen heiße Luft zwischen Momodi und ABK, so wie es aussieht, ne? Ich muss sagen, ich hab auch einen Ausschnitt gesehen von, äh, von Momodi, wo er ABK angegriffen hat, ne? Sieht nicht gut aus. Schade, ja, weil ich mag beide Parteien, Digga. Und dann meinte er, was für ein Doppelmoral, Heiko, äh, boah, kannst du seine Stimme mal fahren? Ich hab den noch nie wirklich geguckt, ehrlich, ehrlich. Ich hab nur am Rande mal was gesehen und so. Ja, und dann dieser Heiko hat, äh, die, äh, schickt dann den ABK, das mit der Socke, und macht selber zwei Posts über Anis, dass sie Socken pflücken muss. Das ist doch... Ja, aber, aber du bist doch offensichtlich, du bist doch bekannt dafür, dass ich über sowas, äh, dass du über jeden Scheiß lachst, dass dein Humor ekel... Heikel ist der krasseste Sieger. Sein Humor untouchable, ehrlich. ...klarf und respektlos ist. Der ist crazy. Das ist ja nicht mal was Schlimmes. Er ist doch... Heikel, heikel kenne ich aus meinem privaten Leben. Ich bin mit dem aufgewachsen. Dass sein Humor manchmal ekelhaft und respektlos ist. Ja, das ist ein Tige. Das wissen wir. Ändert's daran, dass er ein Freund von mir ist? Nein. Und dann sagen die, ja, ABK macht immer auf neutral. Ich hab nie auf neutral im Internet gemacht. Ich hab immer auf YouTube gesagt, Loyalität. Ich war doch der, mit dem sich ganz YouTube Deutschland gestritten hat, weil ich für Loyalität bin. Wie die immer Worte verdrehen. Merkt ihr das? Wie immer meine Worte verdrehen. Ja, ABK ist gar nicht so neutral. Er macht so und so. Bruder, ich hab nie gesagt, dass ich neutral bin. Dann sagen die, ja, ABK macht immer auf neutral. Ich hab nie auf neutral im Internet gemacht. Ich hab immer auf YouTube gesagt, Loyalität. Ich war doch der, mit dem sich ganz YouTube Deutschland gestritten hat, weil ich für Loyalität bin. Klar, jetzt bei Mois hab ich den nicht in Schutz genommen. Ich hab einfach Punkte genommen, die ich von seiner Seite verstehen kann und Punkte natürlich genommen von der Gegenseite. Aber ich hab keine Punkte genommen, um die anderen auszugleichen, um dann zu rechtfertigen, dass der im Recht liegt. Das hab ich nicht gemacht. Aber die Leute sind so irrelevant im Internet, die machen gar keine Aufrufe, keine Klicks, kein gar nichts, dann müssen die über ABK reden. Wallabilla, wenn Apo Red sagt Main-Character-Gelaber und so, ich kann den verstehen. Tschüss. Und die Leute sind so irrelevant, wenn Momodi jetzt einen Vlog hochlädt, wo er spazieren geht, ich schwöre, es wird keiner gucken. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht sagen. Das finde ich halt immer so traurig bei diesen Leuten. Die sind abhängig von den Fehlern der anderen. Ich rede auch über die Fehler von anderen YouTubern und ich mach auch so, sag mal, Motto-Meinungsblocks. Ich geh da rein, Rezo seh ich. Kommt das auf mich zu, umarmt er mich. Also ich bin auf ihn zugegangen, warte, ich bin auf ihn zugegangen mit Leon. Do Rezo, Digga. Hey, wie gay und Rezo vorgeht der Sex ist crazy. Leon hat er was gefragt über Aliens. Dann kommt der Rezo, umarmt er mich so. Hey, was geht? Do Rezo. Ja, Motto jetzt zum Arm, ne? Dann muss ich mich anspucken, Alter. Mehr nicht zum Arm, der mich. Danach hab ich Knossi gesehen. Gibt der mir so Hand. Ich guck den nur so an, während Leon mit dem redet. Die ganze Zeit so, ich dachte mir so, ekelhafter Mensch, Casino, Alkohol auf den Markt gebracht. Digga, LBG ist der krasseste, muss man sagen, ja. Er ist so anders. So, ganz nett, so auf Abt. Der ist mit Alge reich geworden. Ja, mit Alge ist er reich geworden. Ich bin mit Agereich geworden. Guck ich ihn ganz von oben nach unten so an, hab ich nichts gesagt. Danach, wann hab ich noch gesehen, Bruder? Dann Yunus Amiri. Genau. Und ich musste, ich musste bei dem Video voll viel rausschneiden, Alter. So leise nichts gehört, Digga. Ist echt richtig leise, ne? Das ist schon kacke, Alter. Umgeheult hat. Der meint, Bruder, ich hab dich hier reingebracht. Bitte schneid das raus, schneid das raus. Ey, was machst du? Nein, bitte nicht. Weil auf diesem Teppich, wo ich da war, dieser Motto rote Teppich, da hab ich dann so in die Kamera gesagt, ihr Huren-Söhne, ihr Bastarde, fickt eure Mütter, Fritz-Cola-Two und so, hab ich alles zu beleidigen. Digga, ey, wie kann ich ihn auf die Wände, um alle zu beleidigen? Das ist auch krass. Das ist korrekt. Ja, ich hab auch so einfach... Andere mal kann ich das sagen können. Für mich war einfach kacke, Bruder. Die waren einfach da. Alles, was auf dem Plakat war, war für mich rada. Und danach auf einmal sehe ich... Weil alles auf dem Plakat Geld macht, ne? Ja, genau. Weil das alles mit Arsch verkaufen zu tun hat. Bruder, dann komme ich und dann sehe ich auf einmal Yunus Amiri neben mir. Da habt ihr ja gesehen, die Szene. Weil er das richtig ernst kam mit Anzug. Bruder, dann kommen die alle mit Anzug und ich sag im Video, ey, voll die Bastarde, die kommen alle mit Anzug. Ich weiß, Abi hat mal einen Anzug getragen und so. Was ist das denn, Bruder? Der einzige Tag, wo die Anzug tragen, ist hier so TikTok-Event, Bruder, weil die die Schule nicht geschafft haben. Bruder, dann ist Yunus so neben mir. Ja, Leute, hä? So auf so Schichtern. Ja, ich bin da drin. Bruder, warum warst du eigentlich so frech? Hast du ja gesehen, da hab ich ja... Danach hab ich ja Cut gemacht. Ja. Was meinte der? Ich meinte so, ey, Bruder, warte mal. So ein bisschen den so geschubst extra. Das liegt unter dem, war das, ne? Und danach kam Leon und meinte, ey, Bruder, hör mal auf. So, mach dich doch dazwischen, so. Hör mal auf. Weil ich hab mir gedacht, boah, wenn ich den jetzt schubse gegen dieses Plakat, wo Leute Fotos machen, geh ich viral. Ja. Dann heißt das so, boah... Wolltest du wirklich machen? Digga, der ist so durch, ne? Ich wollte ihn so härter dagegen schubsen, damit du bis zum Eskalierst. Aber er kann los, ne? Ich weiß, wenn ich kaputt hau, das ist das Geile. Wenn er mich da kaputt haut, verliert er seine Sponsoren und ich verliere gar nichts. Der ABK ist so anders, du, ehrlich. Das ist so... Der Typ wirklich anderer Film. Ich hoffe einfach, dass die Sache sich mit Momodi legt, Digga, weil ich mag beide Parteien richtig gerne, Digga. Beides gute YouTuber, die deren Sache auf jeden Fall richtig gut machen, ne? Schreibt eure Meinung zu dieser ganzen Thematik in die Kommentare, meine lieben Freunde. Aber sonst würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.